Um 21.06 Uhr hat mir ein Leserreporter aus Rheinfelden einen Videoclub zugeschickt. Und es hat Hochwasser. Und das ist Ortsteil Deggerfelden. Schaut mal her. Also falls ihr auch was habt, schickt mir es per V-Transfer, nicht per Facebook-Messenger, weil da kann ich die nicht runterladen, da muss ich es abfilmen. Und im Querformat, wenn möglich. Aber das ist echt der Hammer. Und jetzt zeige ich euch mal, wie die Wolken hier über Südbaden hinweggezogen sind. Die Wolken hier. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020